Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist Let's Play Minecraft. Ja, ich habe schon mal angefangen und zeige euch mal, was ich geschafft habe da. Ich spiele die Demo, weil ich im Moment keinen Fall zu meiner normalen habe. Ja, da kommt gleich mein Inventor. Drei Diamanten, eine Diamant-Durchspitzzacke. Und noch keine Rüstung. Die fehlt mir. Ja, dann mache ich mir mal gleich eine, ne? Wurde ich dann mal sagen, dann mache ich mir mal gleich eine. Ja, und zwar genau da. Ich setze jetzt mal ein paar Fackeln, damit ihr mehr sehen könnt. Was ist das? Ist ja auch egal, da kriegt man nämlich die ganze Zeit hoch und dann wieder runter. Ja, dann setze ich mal gleich die Werkbank. Aber ich muss immer tauschen. So. Dann setze ich die mal gleich.